zum alfonso perez liebe zuschauer ich begrüße sie zu dieser partie mein name ist wolf fuß ich werde das ganze mit dem kollegen frank buschmann kommentieren wir übertragen für sie heute eine division rivals partie es könnte ein superspiel werden spannende geschichte hier wolf ich denke beide sehen das als wichtige aufgabe bei der garis bay mit dem tor